ok servus wir sind zurück bei die sims 3 und heute bin ich vorbereitet ich möchte nämlich wieder bauen und zwar möchte moment meinen fluren bauen also der runden und der rom hat es schaut nämlich ziemlich schäbig aus dem mann wenn man da einer geht kommt dann direkt zu kotzen gleich mal um in den baumodus und zwar wie viel das ist dieses kasten aus es hat nämlich gar keinen nutzen gehabt mit dem boden fangen ja also so wie immer und zwar habe ich da schon ein bisschen rumprobiert da habe ich diesen holzpunkt habt wiegt das der ist daher 432 simoleons aber heftig da herum das gleiche was meine wände die hobbit strühe gehabt aber was die wollen wir es war auf jeden fall irgendwas weiß ist glaubt es war das daheim das macht die ganze sache bis ich freundlicher geht schon oder das blöde ist wo man von ist meine fenster der von hat sind alle nicht symmetrisch aber man muss dazu sagen ich habe das haus nicht gebaut so wird die ganze sache bis ich geräte na gut damit kann ich leben da herum das gleiche da wirkt das da wirkt der ganze flur ein bisschen heller und jetzt können wir eigentlich gleich einrichten oder wobei es doch gar nicht so viel zum einrichten gibt ich habe es mir auf jetzt brauchen wir oder warte mal meine tapeten lassen wir die weiße oder werden wir sie einfahren ich weiß gar nicht ich habe es ehrlich gesagt bloß mit weiß ausprobiert moment wende wende jetzt wenn ich die bis ich einfahrt in gelb jetzt ist es über drüben ein piss gelb oder so so ganz leicht oder mehr so scheiße oder scheiße oder na gut die vorbauen wir da hinten schon oder das da oder kräftiger wobei das gäbe ich da das ist weiß, das ist gelb, ich würde einmal sagen, machen wir so oder weiß, die Qual der Wahl, ich lasse es so, so ganz leicht, na gut, doppelte Kosten, bekanntlich, ich halte doppelt besser, jetzt brauchen wir Möbel, ich möchte nämlich da vorne auch eine Bank haben, oder besser gesagt, eine kleine Couch, was nehmen wir da, das Trommel da, 1200, wow, das mag ich nicht, haben wir denn, zwei Sitzer, machst du besser, da hört auch das, da könnt ihr dann lesen oder so, und jetzt muss ich gleich mal, Moment, da oben, Lampen, die da entwickelt, ist so schäbig, ich möchte nämlich eine Stehlampe, Deluxe, sagt er, wow, Bunkerhügel, Basti, Warte mal, haben wir denn, wo war die jetzt, in einer anderen Farbe, nehmen wir die da, oder, was haben wir sonst noch, ja, wie sind das da, Straßenlater, ja gut, die schönsten sind nicht dabei, gell, nehmen wir vielleicht die da, wenn wir es so erstellen, geht eigentlich, oder, würde ich sagen, jetzt brauche ich allerdings, darum auch noch Lampen, nicht dass ich auch noch da renne, und zwar habe ich da, Wandlampen gehabt, Wende her, dann kriege ich die Krise, ja, was ist denn das da, die habe ich nicht oben gekobt, wie ist das, dann machen wir die da her, und, machen wir da her, oder da, machen wir so, oder, geht ja, wie der Person, hält nur ist, oder, da sieht ja jeder was, und das gleiche machen wir rum, die durch den Weg geht, da hat er noch eine, hat er hier vorne, weg damit, und da tun wir jetzt, Moment, ohne da her, oder, das würde ich sagen, dann tun wir ohne, vielleicht da her, wer darf, geht die da in den Mitten, jawohl, und, Moment, ohne da hinten her, oh Gott, nein, da her, weg das, jetzt ist der Flur eigentlich halt nur, oder, wobei, der Stickel ja vorne hat, dann tun wir vielleicht noch, ohne da her, weg das, dann ist er ausgeleuchtet, okay, das war es eigentlich schon, oder, das war nichts dramatisches, ich brauche mir gerade noch, ein bisschen Deko, Halt auf, wir haben es ja gerne grün, das heißt, ich brauche ein paar Pflanzen, der Figus, oh Gott, da sehe ich allerdings nur vom Fenster aus, den habe ich schon, den habe ich da herum, na sag mal, was ist das, mein erster Bambusgarten, mein erster und mein letzter, der Onkel Figus, ah, schau dir mal, der passt da her, kriegt das, und ich darf mir sagen, an die Wände da, machen wir ein paar Bädchen, die schaut auch so laut aus, was sagt er, Mondschein über den Westen, für 2.000 Euro, wie er sagt, für 2.000 Simoleons, oh Gott, tut das weg, Gott, ja, was soll denn das sein, weil das ein Bettel, oder wie, älter Rados, Schicksalsstunde, die habe ich auch bald, das hängen wir, da her, ja, was soll denn das sein, dieses Geschmire, weg damit, ja, was ist das da, kennt die einer, ich kann die nicht, weg damit, wow, schau, dieses Ding, da brauche ich auch, fast eins, schön, eigentlich wollte ich, zwei aufhängen, und der heiße Feger, den hängen wir hier, seht ihr das, der heiße Feger, im Flur draußen, und dann nehmen wir noch, einen Kultklassiker, was ist das, der ist aber ein bisschen groß, der ist genauso groß, und das hängen wir, teuer, wobei, ein bisschen dunkler, wobei, anders dunkel, geht das noch, so, so bist du, hängen wir da her, und da her rum, ich weiß nicht, brauchen wir da was, eigentlich schon, oder, dann schaut die ganze Sache, nicht so laut aus, mein absoluter Lieblingsfilm, ja und jetzt, ach so, das ist zu groß, dann nehmen wir halt, das Ding, geht das da her, schon, oder, was war das, eine Angelzähne, da ist echt schon, das da hat er ein bisschen, da ist echt schon, das da hat er ein bisschen, ja, wo ist denn das, ein Ding, da nehmen wir halt, was ist denn das da, ein Schlagzeuger, der mag ich nicht, ja gut, die Schätzensachen sind nicht dabei, ja, schau mal, dieses Ding an, ja, so, das geht noch größer, was ist denn das, ich sage mal, die werden immer größer, statt kleiner, ein Sticker, was ist das, hier haben wir denn, hier haben wir denn, Pflanz im Angebot, ein bisschen zu klein, hier nehme ich, ich sehe das, eine Geisha, oder so, und da unten, bauen wir da noch was, da brauche ich dir allerdings, was kleines, das mache ich gar nicht, nein, und jetzt möchte ich noch, pass auf, etwas habe ich noch, und zwar habe ich mir überlegt, wir bauen uns daher, einen Vogelbaum, da und sieg her, wiegt das, warte mal, den gibt es in Greer, in weiß und, in schwarz, oder, oder braun, wie schaut das schwarze aus, wobei, den nimm mal in weiß, und da können wir uns, einen Vogel holten, einen riesengroßen, habe ich dir einmal sagen, das war es, das war die kurze Bastelstunde, jetzt schaut der Flur, ein bisschen besser aus, als davor, davor war er zum Späumen, oben genauso, unter der Maison, schauen wir um in den Live-Modus, auch die kurze,